Hallo zusammen, hier ist Larik von den SomePeople und ich erzähle euch heute etwas über ein Nahkampfbild für Anfänger in Mortal Online 2. Es geht darum, einen Charakter zu erstellen, der im Nahkampf möglichst stark ist, dazu aber noch Bögen benutzen kann, um dann auch auf der Ferne ein bisschen was machen zu können. Und da zeige ich euch jetzt eben ein Bild, welches relativ einfach zu spielen ist, aber trotzdem stark ist und deswegen für Anfänger, denke ich, ganz gut geeignet ist. Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, in Mortal Online 2 einen Nahkämpfer zu machen, über die verschiedenen Clades hier hinweg, ob es jetzt eher so ein schurkischer Spielstil sein soll oder tankig für ein Orgmir. Ich habe mich dafür entschieden, euch den Tuzaren-Nahkämpfer beizubringen hier oder zu zeigen. Ich wechsle mal auf den Tuzaren. Das mache ich deswegen, weil ich meine, dass der Tuzar sich noch ein bisschen einfacher spielen lässt. Er hat zum Beispiel ein sehr gutes Clade-Gift, den Lifestyle hier unten, womit er sich selber heilt, wenn er Schaden austeilt. Da kann man schon mal, wenn man sich ein bisschen übernommen hat, vielleicht im PvE zumindest und manchmal auch im PvP, da sich noch mal ein bisschen aus der Scheiße reiten, sagen wir mal. So, ich nehme den Tuzaren hier. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal auf die Blutlinien. Der Tuzar macht sich grundsätzlich, oder den macht aus, dass er eine hohe Stärke und eine hohe Konsti hat. Bei den geistigen oder geistlichen Attributen ist er nicht ganz so stark, aber darum geht es beim Nahkämpfer auch nicht unbedingt. Dazu später allerdings auch noch ein bisschen mehr. Wir gucken uns die Blutlinien an. Wenn man sich durch die Blutlinien durchklickt, da gibt es da Unterschiede im Detail, was die Blutlinien so ausmacht, von den Attributsverteilungen hin bis über die Größe. Ich habe mich jetzt für diesen Bild entschieden, den Kalat zu nutzen, weil der Kalat mit die höchste Stärke hat, eine sehr hohe Konstitution und auch sehr groß sein können. Und die Größe, das haben wir vielleicht in dem Video gelernt, was ihr schon gesehen habt auf diesem Channel, hat ja auch was mit Nahkampfschaden zu tun. Das war es auch schon bezüglich der Blutlinien. Wir gehen hier zum nächsten Schritt über die Attributsverteilung. Wichtig sind hier eigentlich fast nicht die Attribute selber, sondern einmal das Alter und einmal die Größe. In einem vorherigen Video habe ich ja schon erklärt, was so der Einfluss von Alter und Größe ist. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail mehr drauf ein. Wichtig für uns ist hier, dass wir das Alter auf 30 erhöhen. Ihr seht nämlich, dann steigt die Stärke so ein bisschen und auch die Konstitution. Und was die Größe angeht, hier haben wir ja auch so ein paar Punkte, bis wir bei der Größe hier unten links, sieht man, auf 212 cm kommen. Die restlichen Punkte, die wir jetzt noch übrig haben, packen wir auf Intelligenz. Das mag jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig anmuten vielleicht, wenn man doch einen Nahkämpfer macht. Und ich gerade noch gesagt habe, Intelligenz und Psyche sind gar nicht so wichtig. Das stimmt auch langfristig. Kurzfristig muss auch dieser Charakter ein paar Bücher lesen. Und die Lesegeschwindigkeit hängt eben ganz entscheidend von der Intelligenz ab. Und da wir später im Spiel ja noch alles umtrainieren können, was die Attribute angeht, fangen wir jetzt erstmal mit einer recht hohen Intelligenz an. Mehr gibt es auch hier nicht zu tun. Wir gehen direkt weiter auf die nächste Seite, denn da können wir das Gewicht einstellen. Klar, wollen wir natürlich, eigentlich sollte man annehmen, wir wollen einen möglichst fitten Charakter spielen. Wollen wir aber eigentlich nicht. Er soll ein bisschen gewichtiger sein, nämlich hier von der Kategorie her Stout. Weil ihr seht, wenn ihr zu Stout wechselt, auf der linken Seite bei den Attributen steigt die maximale Stärke und die maximale Dexterity, die sinkt. Dexterity ist für uns aber nicht ganz so entscheidend. Deswegen gehen wir auf Stout und wir gehen da auch auf den maximalen Wert, der noch Stout ist. Das ist hier, mal eben selber gucken, 129%. Warum machen wir das? Weil mit jedem Kilogrammgewicht, den wir bekommen, links unten sehen wir, dass wir mehr Trefferpunkte haben. Also hier 129% Stout. Ihr könnt natürlich euren Charakter jetzt noch anpassen, wie ihr wollt. Irgendwie optisch, das macht keinen Unterschied, was für ein Gesicht, was für ein Skin, ob ihr irgendwelche Flecken habt oder nicht, Frisuren, das macht alles keinen Unterschied. Geschlecht macht übrigens auch keinen Unterschied. Als nächstes geben wir dem Kollegen hier noch einen Namen. Ich nenne den jetzt einfach mal Melee-Char und als Nachname sagen wir Some People. Zack. Und drücke auf Create und dann sehen wir uns in Haven wieder. Die ganzen Sachen, die ich euch gerade über die Blutlinien erzählt habe und auch über Größe, Gewicht und Alter und dergleichen mehr, das müsst ihr euch übrigens nicht merken. Es gibt im Internet einen Charakterbilder, der eigentlich von großen Teilen der Community benutzt wird. Einen Link zu diesem Bild im Charakterbilder, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, wo ihr euch das alles in Ruhe auch nochmal anschauen könnt. So, wir sind im Tutorial in Haven. Ich drücke jetzt einfach mal R hier, um das wegzumachen. Und wir schauen mal uns unsere Skill-Liste an. Denn ich würde euch jetzt gerne mit euch zusammen die Skills hier durchgehen und mal gucken, was ihr da langfristig als Nahkämpfer so braucht und was nicht. Auch diese Skills findet ihr im Charakterbilder wieder. Das müsst ihr euch auch jetzt nicht unbedingt merken. Ich will es nur eben kurz erläutern, statt euch einfach nur so eine Liste zu geben, damit ihr auch wisst, was ihr so braucht oder was ihr nicht braucht. Ich mache mal hier Expand All, damit wir ja alles sehen können und gehen dann einfach mal gemeinsam die Liste durch. Wir fangen an mit Vitalism, Mana-Regeneration, Meditation, alles unwichtig für euch als Nahkämpfer. Mentales Training ist auch unwichtig für euch als Nahkämpfer. Aber Balance ist wichtiger geworden mit dem letzten Patch, weil man mittlerweile relativ schnell auch von einem Pferd runtergeboxt werden kann. Haltet das mal im Hinterkopf. Ich habe es in meinem Bild jetzt erstmal nicht berücksichtigt. In meinem Bild habt ihr aber auch noch Punkte übrig, mit denen ihr frei verfahren könnt. Da wäre Balance vielleicht nochmal eine interessante Sache. Ich gehe sowieso jetzt in meiner Liste hier nur auf die Primary Skills wirklich ein. Was der Unterschied zwischen Primary und Secondary ist, habe ich in einem vorherigen Video mal erklärt. Secondaries, die ihr freigeschaltet habt, solltet ihr immer hoch trainieren. Warum nicht? Aber wichtig für die Builds und für eure Punkte, die ihr zur Verfügung habt, sind eben nur die Primaries. Kommen wir hier zum ersten Skill, was ihr auch brauchen könnt. Das wäre Blocking. Solltet ihr auf 100% hoch bekommen, damit ihr beim Blocken weniger Schaden bekommt im Nahkampf. Als nächstes sind wir bei den Combat-Techniques. Es ist selber nur ein Secondary. Wichtig, sehr wichtig sind hier aber die Defensive Stands und die Aggressive Stands. Die Aggressive Stands macht, dass ihr mehr Schaden austeilt. Defensiv, dass ihr mehr aushaltet. Beides wichtige Skills für euch, solltet ihr haben. Wir gehen weiter runter. Resting nicht so interessant für euch, denn ihr werdet euch mit Bandagen größtenteils heilen. Gehen deswegen weiter runter und kommen zur Athletik. Alle Secondaries bis hier runter zum Sprinting. Sprinting ist ein wichtiges Skill natürlich. Ihr wollt schnell laufen können, gar keine Frage, solltet ihr hochtrainieren. Ein Unterskill von Sprinting ist das Armortraining. Armortraining bewirkt, dass ihr mehr Rüstung tragen könnt. Ganz, ganz wichtiges Skill für euch als Nahkämpfer, solltet ihr ohne Zweifel auf 100% haben. Darunter liegt außerdem Heavy Armortraining. Das könnt ihr leider erst freischalten, wenn ihr Armortraining schon auf 100% habt. Auch ein extrem wichtiges Skill für euch. Solltet ihr auch auf 100% wahrscheinlich hochtrainieren. Heavy Armortraining müsst ihr allerdings ein Buch für lesen, um das freizuschalten. Und dieses Buch bekommt ihr nicht in Haven. Wir gehen weiter. Gathering. Naja, ob ihr gatheren wollt oder nicht, ist egal, sind alle Secondaries. Survival ist natürlich schön, weil Swimming da drunter ist. Aber ob ihr die Punkte nachher habt oder nicht, sei dahingestellt. Zumal, wenn ihr schwere Rüstung tragt, ist mit Schwimmen ohnehin schwierig. Gehe ich jetzt mal so drüber. Das gleiche mit Riding. Unter Riding findet ihr auch die berittenen Skills, wie Mounted Combat und Mounted Charge. Auch schöne Sachen. Ob ihr das machen wollt oder nicht, überlasse ich auch euch. Wie gesagt, in den Bild sind Punkte übrig. Ich konzentriere mich hier aber eher mal auf den Nahkampf und das, was ihr an Haven so braucht. Combat Maneuvering. Das nächste Skill. Wichtig braucht ihr auf 100%. Braucht ihr nicht aktiv zu trainieren. Trainiert sich quasi von selbst. Auch hier drunter findet sich nochmal Armour Training und Heavy Armour Training. Ist natürlich das gleiche Skill, wie das, was wir oben schon mal reingegangen sind. Braucht ihr Combat Maneuvering. Ist die zweite Voraussetzung für Armour Training. Und deswegen braucht ihr das auch eigentlich im Grunde genommen auf 100, damit ihr Armour Training auf 100 nachher haben könnt. Endurance selber ist auch ein Primary, was ihr braucht. Idealerweise auf 100. Endurance selber ist gar nicht so interessant, weil es letztendlich auf 100 auch nur 20 Bonus auf Stamina bringt. Aber darunter findet ihr auch unter anderem die passive Regeneration. Und das ist ein Secondary, was sehr wichtig ist für Torsaren. Von daher solltet ihr Endurance auch auf 100 bringen, damit ihr später außerhalb von Haven auch die passive Regeneration trainieren könnt. Domestication. Darunter findet ihr Taming und Creature Control. Wenn ihr selber in der Lage sein wollt, eure eigenen Pferde zu zähmen, solltet ihr Taming auf 31 hoch trainieren. Denn wenn ihr Taming auf 31 habt, könnt ihr alle Pferde zähmen, die es in der Welt so gibt. Ihr braucht aber auch die Pferde-Lore dann auf 100. Das könnt ihr aber durch die Pferdejagd und durch das Schlachten von Pferden relativ einfach hoch trainieren. Wie gesagt, Taming ist ein Primary. Wenn ihr das auf 31 habt, könnt ihr die Pferde zähmen. Creature Control ist auch ein Primary. Wenn ihr das auf 5 habt, könnt ihr auch ein Level 125, also ein Max-Level-Pferd, jederzeit reiten. Würde ich also empfehlen. Mich persönlich nervt es nämlich, wenn man die Pferde nicht selber zähmen kann. Aber letztendlich ist es auch euch überlassen. Wenn ihr sagt, ich kann mir meine Pferde auch kaufen, dann braucht ihr natürlich kein Taming. So, hier gehen wir an den ganzen Beastmastery-Kram mal vorbei. Anatomie. Für euch ein sehr, sehr wichtiges Primary. Solltet ihr 100 Punkte drin haben. Je höher Anatomie, desto mehr heilt ihr euch, wenn ihr euch selbst bandagiert. Ist ein No-Brainer. Ihr braucht es einfach. Ranged Combat und Archery. Jetzt rede ich die ganze Zeit darüber, dass das hier ein Nahkampfbild ist. Aber ihr braucht Archery auf 100. Denn auch ihr, egal wie sehr ihr nachkampffokussiert sein wollt, ihr kommt in die Situation, dass ihr Bögen braucht. Sei es im PvE, sei es im PvP. Langbögen sind eine Waffe, die schweinemäßig viel Schaden machen. Ihr habt die Stärke, um Langbögen aufzuziehen. Nutzt das Skill, haut Archery auf mindestens, ja was heißt auf mindestens, auf 100. Sodass ihr da auch auf die Entfernung noch ordentlich austeilen könnt. Melee Combat ist auch ein No-Brainer. Denke ich, ihr wollt natürlich irgendeine Waffe trainieren. Welche das ist, ist eigentlich total euch überlassen. Bedenkt aber, ich drücke mal hier meinen Charakterbildschirm auf, gehe in die Clade Gifts. Bedenkt, dass der Tursar Bonus-Skill-Punkte bekommt, entweder im Schwert oder in der Axt. Oder beides, aber ist weniger sinnvoll. Ich würde euch empfehlen, Schwerter zu trainieren, weil Schwerter einfacher in der Benutzung sind. Und Äxte sind auch gut, gar keine Frage. Und haben auch diverse Vorteile gegenüber Schwertern. Aber Schwerter sind wesentlich einfacher zu benutzen. Und ich sage mal, je einfacher so eine Waffe zu benutzen ist, desto mehr Treffer landet ihr. Desto mehr Schaden teilt ihr natürlich auch raus. Es gibt für beide Waffengattungen Argumente und Gegenargumente. Wie gesagt, für Anfänger würde ich Schwerter empfehlen. Findet ihr natürlich auch in der Liste hier unter den Swords. Ist natürlich ein Primary. Solltet ihr auf 100 gehen. Ansonsten, Magieschulen sind für euch eigentlich relativ uninteressant. Wenn ihr die Punkte übrig habt, könnt ihr natürlich so ein paar Punkte in Ecumenical Spells reininvestieren, damit ihr vielleicht auch mal einen kleinen Swordspruch mal raushauen könnt, um vielleicht im PvE einen Gegner zu pullen. Aber das könnt ihr letztendlich auch mit dem Bogen machen und ist viel effizienter. Von daher ignorieren wir das mal. Multiverse Lore hat was mit Spiritism zu tun. Für euch ganz und gar uninteressant. Werfen wir als nächstes mal einen Blick auf eure Clade Gifts. Wie gesagt, wenn ihr C drückt, dann ruft ihr euren Charakterbildschirm auf. Habt ihr verschiedene Reiter auch hier. Und die Clade Gifts sind eben hier dieser, ich sag mal, Skillbaum, könnte man sagen. Wenn ihr hochlevelt, dann könnt ihr hier nach und nach diese Clade Gifts freischalten. Es gibt höchstens 20 Level. Ihr könnt also höchstens 20 von diesen Clade Gifts freischalten. Mit anderen Worten, nicht alle. Für euch als Nahkämpfer ist es natürlich alles wichtig, was irgendwie mit Stärke zu tun hat oder Konstitution. Das bedeutet hier, ich fange mal hier oben an, Forceful, Maskular, Powerful und so weiter. Tabalki alles wichtig, Stocki für euch wichtig, Robust für euch wichtig. Das gibt eben Punkte auf Konstitution und auf Stärke. Weniger wichtig vielleicht ist für euch die Psyche hier Resolved. Irgendwo müsst ihr sparen, das wird leider an der Psyche sein. Ich sage leider, weil Psyche eure eigene Verteidigung gegen magische Angriffe ist. Dexterity auch für euch wichtig, solltet ihr auch trainieren. Auch in der zweiten Reihe hier Thick Skin und Large Lungs, beides wichtige Skills für euch, solltet ihr haben. Ganz, ganz wichtig, der Lifesteal-Buff, den ihr anschmeißen könnt, wodurch ihr euch dann selber heilt, wenn ihr Schaden macht. Maximale Stärke trainieren, auf jeden Fall auch, damit ihr auf einen Stärkewert von 121 am Ende kommen könnt und damit auch vernünftige Langbögen groß aufziehen könnt. Größenbonus und Damagebonus auch total wichtig für euch als Nahkämpfer, gar keine Frage. Der Striker, der Plus-3-Damage-Bonus hier nochmal, auch total wichtig für euch. Damit kommt ihr dann letztendlich auf über 30% Melee-Damage-Bonus. Ganz klare Sache. Hier oben Sword-Training, wichtig, damit ihr 25 Skill-Punkte sparen könnt, wenn ihr Schwerter benutzt. Ansonsten nehmt ihr X-Training, wenn ihr Äxte benutzt. Oder aber wenn ihr keine der beiden Waffengattungen benutzt, dann lasst ihr das natürlich weg. Dann braucht ihr das nicht. Dann braucht ihr auch dieses Unterskill hiervon nicht unbedingt. Als nächstes haben wir hier noch den Stygantrop. Dadurch regeneriert ihr passiv Trefferpunkte, Lebensenergie. Das sieht nach sehr wenig aus, aber ihr habt als Tursar noch bei den Skills die passive Regeneration. Da kriegt ihr nochmal einen Bonus drauf hier, wie man sieht. Das summiert sich schon, auch in einem Kampf oder kurz nach dem Kampf. Der Preis, den man dafür bezahlt, sind diese 20% weniger Health durch Heilungen. Das betrifft nicht nur Heilsprüche, die auf einen gezaubert werden, sondern auch die eigenen Bandagen. Ist aber trotzdem, denke ich, ein lohnenswerter Tausch. All das Ganze braucht ihr euch jetzt auch nicht unbedingt zu merken. Was ich euch hier erzählt habe, auch die Clade Gifts, könnt ihr in dem Link, der in der Videobeschreibung drin steckt, nachvollziehen. So, jetzt wissen wir, welche Clades und welche Skills ihr braucht für diesen Bild. Zumindest anfangs. Jetzt gucken wir mal eben, wie ihr die bekommt. Und es wird in Zukunft auf diesem Channel ein Video geben, was sich mit, ich sage mal, in Anführungszeichen Power Leveling auf Haven befassen wird. Was man auf Haven oder in Haven alles so machen kann oder sollte, bevor man es verlässt. Was ich euch aber eben, bezogen auf das Bild, jetzt schon zeigen möchte, das sind die Bücher, die ihr einfach braucht, beziehungsweise lesen solltet, weil es das Leveln dann noch entsprechend einfacher macht. Dafür renne ich jetzt hier gerade zur Bücherei und da schauen wir uns dann mal gemeinsam an, was wir alles so brauchen. Ich gehe erst mal zum Common Librarian, der ist hier hinten links in der Ecke und da schauen wir mal, welche Bücher der so hat. Und der hat im Grunde genommen zwei Bücher, die interessant sein könnten. Ich sage könnten, denn es handelt sich hierbei um Reading und um Anatomie. Ich gebe mal hier in das Suchfeld einfach Read ein, dann seht ihr das Reading Buch. Ob das Lesen dieses Buches Sinn macht oder nicht, daran scheiden sich die Geister. Das Reading Buch steigert das namensgebende Skill, nämlich Reading, was wiederum die Buchlesegeschwindigkeit erhöht. Diese Skill trainiert sich aber auch durch Benutzung. Sprich, wenn ihr jedes andere Buch lest, steigert sich das Skill natürlich auch mit. Ob es Sinn macht, also Reading speziell nochmal zu trainieren durch das Buchlesen oder nicht, naja, daran, wie gesagt, scheiden sich die Geister. Ihr könnt es kaufen, kostet eh nur 10 Silber und einmal durchlesen. Es geht auch relativ zügig und dann geht es dann zum nächsten Buch danach. Ihr könnt es auch, wie gesagt, überspringen und direkt zum nächsten Buch gehen, was ich empfehlen würde. Das wäre Anatomie. Anatomie ist ja das Skill, was eure Bandagierung besser macht. Und das würde ich, weil das relativ lange dauert, zu trainieren durch Benutzung, würde ich empfehlen, das hier zu kaufen, relativ zügig und zu lesen. Das war es aber eigentlich auch schon bei diesem Common Librarian. Jetzt suchen wir mal eben kurz den Kampf Librarian. Ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Ich glaube direkt in der Ecke. Jawohl, da ist er. Den sprechen wir auch an. Da brauchen wir gleich mehrere Sachen, beziehungsweise eigentlich auch erstmal nur zwei. Das wäre einmal die Archery, also euer Skill mit Pfeil und Bogen. Das kann man natürlich auch wieder durch Nutzung trainieren, aber das dauert wirklich, wirklich lange. Von daher würde ich empfehlen, Archery einzulesen. Ihr seht hier, dass ihr den Skill Ranged Combat braucht, um Archery überhaupt anzulesen. Ranged Combat bekommt ihr, wenn ihr einmal mit einem Pfeil auf irgendwas schießt. Da werdet ihr im Laufe des Tutorials hingeführt. Ich würde euch sowieso empfehlen, das Tutorial, wenn ihr zum allerersten Mal spielt, das Tutorial einmal komplett durchzuspielen, weil es einen wirklich ganz guten Überblick darüber gibt, was es hier alles so gibt. Wie gesagt, aber Archery würde ich durch Buchlesen trainieren. Und dann kommen wir auch eigentlich schon fast zum letzten Buch, was ihr unbedingt für dieses Bild in Haven braucht. Das wäre Armortraining. Das gibt es auch hier, Armortraining für 50 Silberlinge. Das könnt ihr erst einlesen, wenn ihr Combat Maneuvering auf 50 habt. Das kommt relativ schnell automatisch, wie gesagt. Dann könnt ihr anfangen, das zu lesen, weil auch das relativ blöd ist und auch keinen Spaß macht, das hochzutrainieren. Wenn ihr das ausgelesen habt, Armortraining trainiert ihr im Grunde genommen dadurch, dass ihr eine Rüstung anzieht, die zu schwer für euch ist. Das ist in Haven nicht ganz so einfach, weil es in Haven nicht so wirklich schwere Rüstung gibt. Mit einer Ausnahme dazu später im Haven-Video mehr. Und wenn ihr dann eine Rüstung habt, die zu schwer für euch ist, und wenn ihr dann durch die Gegend lauft, eure Waffe zieht, herum sprintet und ein bisschen springt, dann levelt sich Armortraining. Genau, das war es an Büchern, die ihr in Haven benötigt unbedingt. Ansonsten braucht ihr später natürlich noch, wenn ihr Haven erstmal verlasst, noch weitere Bücher. Auf jeden Fall ist Heavy Armortraining noch dabei. Das gibt es aber nun mal in Haven nicht. Und auch die passive Regeneration, auch die gibt es in Haven nicht. Und dann könnt ihr eben natürlich, wenn ihr das habt, habt ihr so ein Basic-Nahkampf-Bild, was schon wirklich, wirklich auch gut funktioniert. Und dann habt ihr auch noch ein Parkpünktchen übrig und könnt dann letztendlich schauen, was ihr damit noch machen wollt und wohin ihr euch vielleicht spezialisieren wollt. Also man kann dann durchaus auch ein bisschen in Richtung Mounted Archery gehen oder ein bisschen in Richtung Mounted Combat gehen oder dergleichen mehr. Das bleibt ganz euch überlassen. Das Gleiche betrifft natürlich die Profession-Skills. Auf die gehe ich jetzt auch nicht näher ein. Was ihr nachher craften wollt oder nicht zum Craften wird es auch nochmal irgendwann ein Video geben. Da gehe ich aber jetzt nicht darauf ein, weil das jetzt nicht unmittelbar was mit dem Nahkampf-Bild zu tun hat. Okay, das war es von meiner Seite zu diesem einfachen, wirklich einfachen Nahkampf-Bild. Einfach heißt aber nicht, dass es nicht auch durchaus stark sein kann. Lasst euch da nicht täuschen. Das ist auch ein solides Bild, auch für fortgeschrittene Spieler. Von daher kann ich euch nur sagen, probiert das ruhig aus. Wünsche euch dann auch nur viel Spaß. Freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Und kann euch an dieser Stelle auch nur noch einen schönen Tag wünschen. Bis dann, Gruß euer Larek.